So, das läuft schon mal ganz gut. So, abbauen. Holz abbauen. Ja, Musik, werd lauter ruhig. Äh. Oh, mal kurz ein bisschen... ...ein bisschen Platz hier. Bitte. Ja. Und jetzt kommt schon. Nein. 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 Wieso? Ja, einsam. Ich hab einsam. Ich brauche die Samen. Ja, letzter Samen. Sauber. Sauber. Ja. Ja, geh doch. Geh doch. Geh doch. Geh doch. Aaaaaaah! Lala, 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 ich hab's geschafft. Ich kann es halt. Entschuldigung, Erde, 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 Erde. Ja, genau, die Musik wird immer lauter. Endlich. Habe ich keine Erde mehr? Habe ich keine? Da noch irgendwo. Erde, ich brauche jede Erde, die ich kriegen kann. Jetzt habe ich die Erde hier. Gib mir die Erde, verdammt. Ich brauche sie doch. Ich muss jetzt hoch. So, hier habe ich ein Dungeon-Geräusch gehört. Das heißt, hier in der Nähe ist ein Dungeon. Das wäre ja auch schon mal nicht schlecht. Aber ich mache mir gleich einen Mineneingang und dann geht es ab und ja. Aber die Sache ist, ich muss einmal nach oben und einmal nach unten graben. Weil manche Sachen kann manche in der oberen Hälfte der Map und die anderen im unteren Bereich. Das ist extra so gemacht worden. Und deswegen muss ich auch ein bisschen nach unten graben. Deswegen kann ich nach oben graben. Das ist auch ganz witzig irgendwie. Weil Kohle finde ich beispielsweise nur im oberen Teil und dafür Gold eben nur im unteren. Ja. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich habe doch schon eine Idee, wo ich das hin mache. Aber ich habe noch nichts verraten. Ne. Das ging doch schon mal gut mit den Samen. So. Jetzt muss ich da was bauen. Äh. Ja, ihr müsst da, glaube ich. Ne. Ich habe schon ein Fail gebaut. Ich baue mir jetzt hier eine kleine Farm. Und zwar, indem ich... Indem ich... Einen kleinen Trick anwende. So. Ja. So war schon mal sehr gut. Äh. Okay. Ihr seht schon, was ich vorhabe, ne? Also wenn ihr es nicht seht, dann tut mir das leid. Aber ich sehe es jedenfalls. Gerade so richtig bildlich vor meinen Augen. Also wenn ihr es nicht seht, dann tut mir die Erde, die ich nicht brauche, die hole ich mir hier raus. So, da kann ich einfach Kobblestown rein. So. So. Dich nehme ich mal mit. So. So, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Das muss ja auch ein bisschen... Das muss ja auch ein bisschen... Schön aussehen. Und, äh... Wie weit kann er das fließen? Okay, nur bis hierhin. Oh, das passt ja... Aber das passt ja... 1a. So, jetzt können wir hier... ...so machen. So und so. So und so. So und so und so und so. Und natürlich so und so. So. Jetzt haben wir schon mal einen perfekten... ...Wasserfluss. So, jetzt können wir hier... ...bis hierhin auch... ...das aus... ...dem noch machen. So. Jetzt wird das hier alles... ...äh... ...so. So. Dann machen wir noch die... ...Steine hier weg. Damit man hier gut langlaufen kann. So, dann habe ich hier nämlich schon ein... ...ne kleine Farm gebaut. Dann haben wir schon mal eine... ...ja... ...oder sagt ihr nicht, dass das... ...eine Aufgabe schon mal damit dann erledigt ist. Ähm... ...ja, die... ...den Teil mal hier auch noch weg. Weil das ist ganz... Oh, da haben wir ja... ...Kohle. Da machen wir mal einfach... ...da und... ...da holen wir uns mal die Kohle aus der Wand. Kohle... ...Kohle ist immer gut. Schön viel Kohle. Ja, das läuft doch perfekt bisher, ey. Das ist doch ein perfekter Start, ey. So. So, dann haben wir das hier schon alles... ...soweit fertig. So. Dann haben wir hier schon mal eine gute Farm. ... ... So, jetzt können wir das hier auch nochmal eben abbauen. So, dann haben wir hier schon mal eine ordentliche Farm. So, was ist hier? Hier können wir jetzt auch nochmal. So, dann können wir jetzt mal hier. Haben wir da noch Erde? Ja, wir haben noch genug Erde. Ach ja, das wird ja eh nur so. Also, das geht ja. Okay. So, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen machen. Äh, erst mal den Baum hernten am besten. So, einmal da durchschlagen. Das ganze Holz fällen. So, wieder da durch. So. Gut, dann haben wir wieder Holz. Dann brauche ich erst mal nochmal wieder an der Spitzhacke. Und wir brauchen Stufen. Wir brauchen Stufen. So viele ungefähr. Ja, nee. So, ungefähr. Ja, das müsste erst mal reichen. Das ist mir eigentlich egal, ja, was für Holz wir hier bekommen. Ist jetzt immer auch mit einem einzigen Septon. Das wäre schwieriger gewesen und lustiger. Aber ist so vollkommen okay. So. Machen wir das so, ne? Ja, das ist jetzt eine gute Sache so. Kann man jetzt hier abernten. Zack, zack, zack. Oder es fließt bis da unten hin. Kann man nicht so, nein. Dann habe ich eine bessere Idee. Und zwar machen wir nochmal eben so und machen wir es nur hier. Dann kann ich hier die ganzen Sachen einsammeln, falls was einfällt. Ja, ja. So, jetzt nehmen wir die drei Samen und die pflanzen wir dann hier hin. Und da machen wir ans Ende noch so, damit die hier auch genug Licht bekommen. So, hier haben wir jetzt genug Licht. Hier brauchen wir es nicht. Das fällt da doch schon rein. Können wir hier noch und natürlich wird es einfach schöner aussehen. Da und da. Aber unsinnig. Ist eigentlich unsinnig, aber einfach von Schönheitsgemäß her. Können wir jetzt mal die Wand hier auch schließen. So. So, so. So, so. So und so. Da haben wir eine kleine Farm. Da wohnt Bob. So. Und hier unten können wir ja auch noch auf der Seite können wir ja hier Kapteen anpflanzen, hier und so weiter. Das war's für heute.